Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Lücke zwischen dir und einem Verfolger beträgt gerade mal zwei Sekunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Momentan beträgt der Vorsprung auf das Auto hinter dir drei Sekunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Regen wird wohl in etwa 15 Minuten etwas nachlassen. Alonso ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 6 Sekunden. 6 Sekunden. 6 Sekunden. 6 Sekunden. 7 Sekunden. 7 Sekunden. 7 Sekunden. 8 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 Sekunden. 9 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 Sekunden. Es wird noch etwa 15 Minuten dauern, bis das Wetter besser wird. Nach 15 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Nach allem, was wir wissen, ist bei Alonso in den nächsten Runden ein Boxenstopp fertig. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Die Lücke zu schließen, bis zum nächsten Mal. 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 Der Regen wird wohl in etwa 5 Minuten etwas schwächer werden. Die Lücke zu schließen, bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du liest 27 Sekunden vor deinem Verfolger. 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 Du liest 28 Sekunden vor deinem Verfolger. Du liest 28 Sekunden vor deinem Verfolger. Du liest 28 Sekunden vor deinem Verfolger. Du liest 29 Sekunden vor deinem Verfolger. Du liest 29 Sekunden vor deinem Verfolger. Du liest 29 Sekunden vor deinem Verfolger. Zubacomst Intermediate Zubacomst Intermediate Zubacomst Intermediate Zubacomst Intermediate Zubacomst Intermediate Wir glauben, dass ein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020